Hallo meine Lieben Zuse und herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin-Video auf dem Kanal. Wir machen jetzt eine Bitcoin-Analyse. Es ist der 17.8., also Freitag. Ich mache morgen am Samstag noch eine Altcoin-Edition. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ich für eine Upload-Zeit machen soll morgen. Ob ich das gleich am Vormittag raufladen soll, weil ihr dann auch zu Hause seid, bevor ihr irgendwas in der realen Welt macht. Oder ob ich das am Nachmittag abend hochladen soll. Ich habe nicht so viel Erfahrung mit Upload-Zeiten am Samstag. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben. Generell gesagt, machen wir uns jetzt einfach ein Gesamtbild über die Lage, weil derzeit viel Verwirrung herrscht scheinbar am Markt. Weil ich sehr viele Fragen bekomme, ob wir denn jetzt noch die 5K sehen. Ob ich denn jetzt nachkaufen soll oder wie es jetzt am Markt aussieht. All das schauen wir uns jetzt in diesem Video an. Wir schauen uns ein, zwei Trading-Ideen an. Und wie gesagt, morgen dann die Altcoin-Edition. Die Altcoins sind extrem interessant. Also wir haben ICX gesehen mit einem Breakout. Wir haben Ontology gesehen mit einem extremen Breakout. Wir haben VET gesehen, also ehemalige Wechain mit 80%. Wir haben B&B jetzt, der kurz vor einem Breakout ist. IOTA ist noch in der Range. Also bei den Altcoins ist es momentan ziemlich interessant, aber dazu machen wir morgen ein Video. Ich würde sagen, ich mache die Facecam jetzt aus, damit wir uns direkt auf den Chart konzentrieren können. Und dann können wir auch schon mit der Analyse loslegen. Und ich habe die Facecam jetzt auch direkt ausgemacht, damit wir den Chart wirklich schön analysieren können. Wir können uns den Weekly Frame gleich nochmal anschauen, aber ich bin jetzt gerade erst noch am Daily Time Frame. Weekly Time Frame ist eigentlich nicht so interessant. Wir haben hier einfach den Support noch gehalten. Das heißt, wir hatten hier eine sehr starke Supply Zone, die durch diesen Bereich gefestigt wurde. Deshalb 5800 wäre schon eine extrem gute Buy Zone gewesen, aber wäre auch ein sehr aggressiver Ansatz gewesen, weil wir natürlich im Bereich 5800 noch keine Confirmation haben. Das heißt, ein Kauforder im Bereich 5800 wäre eher in Richtung Zocken-Risiko-Approach, als wie wirklich ein Setup zu haben. Weil wenn der Kurs hier runter pusht in dieser Kerze, woher sollt ihr wissen, ob der Kurs haltet? Das ist einfach Risiko. Ihr sagt, okay, der Kurs hat Pisser gehalten, also gehe ich davon aus, dass er dieses Mal halten wird. Das wollen wir nicht sehen. Aber jetzt gehen wir zur alles entscheidenden Frage, nämlich, ob wir die 5000 noch sehen. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich diese Frage gestellt bekomme. Und ich möchte jetzt zu dieser Situation einfach einmalig drauf eingehen, um euch vielleicht mal ein wenig die Augen zu öffnen, wie ihr auf Chart schaut. Wenn ihr diesen Chart euch anschaut, dann frage ich mich, wie diese Phase hier extrem bullisch aussehen kann. Die Phase sieht nicht schlecht aus, aber es sieht vielleicht bullisch aus, wenn ihr euch das Ganze so ansieht. Aber wir schauen auf die hohen Timeframes. Uns interessieren die hohen Timeframes, weil auf den hohen Timeframes fließt das Geld. Das ist einfach so. Auf den hohen Timeframes sind die großen Order. Die Leute, beziehungsweise die Institutionen, die im Markt sind, je nachdem, welche Firmen das sind, die trainen nicht nach 5-Minuten-Charts. Ganz einfach. Was sehen wir hier am Daily Chart? Wir sehen hier am Daily Chart. Ganz klassisch eine Range. Wir haben hier das Range Low. Wenn wir uns hier die Ray kopieren, dann haben wir hier das Range High. Wir haben zwei sehr signifikanter Kerzen, nämlich diese Kerze hier. Ich kann gerade mal ein wenig heranzoomen. Diese Kerze hier ist signifikant und diese Kerze hier oben ist auch signifikant, wenn wir uns das hier einkreisen. Warum sind diese zwei Kerzen signifikant? Diese zwei Kerzen, das waren jeweils zwei Stopp-Hand-Kerzen. Was passiert in diesem Bereich? Hier sind die Lows von davor. Das heißt, alle Leute, die hier in Long gehen, die von hier bis hier oben Long sind oder die eben einfach hier ihre Long-Order geöffnet haben, die haben unter diesen zwei Kerzen ihre Stopp-Order. Was heißt das? Hier ist Liquidität. Warum ist hier Liquidität? Wenn ihr einen Long-Order im Markt habt und einen Stopp-Loss setzt, dann seid ihr gezwungen, wenn diese Lows brechen, mit einem meistens Market-Order eben diese Positionen zu verkaufen. Das heißt, wir haben hier Liquidität. Hier ist ein Market-Order von Long-Käufern, die sich eben hier absichern und eben aus dem Markt rausgehen, wenn dieses Low bricht. Was haben wir hier noch? Wir haben hier Short-Seller. Warum haben wir hier Short-Seller? Wir haben hier Short-Seller, die mit Market-Stop eben ihren Short reinknallen. Das heißt, wir haben hier weitere Verkaufs-Order. Warum machen die das? Die Short-Seller sehen, dieses Low hier bricht. Wenn dieses Low hier bricht, dann sehen wir den nächsten Support, beziehungsweise haben wir eh keinen Support mehr in diesem Bereich. Das heißt, wir sehen dann höchstwahrscheinlich irgendwie ein 5.600 bis 5.000 Szenario. Wir haben jetzt hier zwei Arten von Liquidität. Einmal die Market-Stop-Short-Seller und eben auch die Liquidität der Long-Buyer. Ich hoffe, das ist verständlich. Wenn ihr das nicht versteht, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Warum geht der Kurs dann hier nach unten? Leute mit viel Geld und auch Institutionen brauchen Liquidität, um Order zu füllen. Die können nicht einfach auf eine Börse gehen und eine Market-Order machen, weil sie dann mit einer 50-100 Dollar-Position das ganze Order-Book durchkaufen. Das funktioniert nicht. Sie brauchen Liquidität und sie wissen, wo die Liquidität ist. Sie wissen, wenn der Kurs in diesen Bereich geht, kommen extrem viele Sell-Order rein. Und was machen die mit diesen Sell-Ordern? Sie kaufen sie auf. Ganz knallhart. Die Sell-Orders werden aufgekauft und wir gehen nach oben. Das ist hier passiert. Okay. Was haben wir hier in diesem Bereich? Das hier wird durch das hier eben ausgeglichen. Und das ist einfach das Gegenspiel auf der anderen Seite. Was haben wir hier oben? Wir haben hier auch sehr viele Stops. Wir haben dieses High geformt. Wenn ihr euch diese Kerze jetzt mal wegdenkt, dann haben wir in diesem Bereich diese Highs geformt. Also diese Range Highs. Und wenn wir über diese Range Highs gehen, dann haben wir sehr viele Shorts, die eben zurückkaufen müssen mit Marktkauf. Wenn ihr Short im Markt seid, das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Falls ihr euch das nicht versteht, dreht die Geschwindigkeit zurück oder hört es euch nochmal an. Wenn ihr Short im Markt seid oder wenn andere Shortzahlen im Markt sind, um ihre Position zu schließen im Notfall, wenn der Kurs gegen sich selber läuft oder gegen die eigene Position, müssen sie zurückkaufen. Das heißt, sie generieren Liquidität für Long Order und sie generieren so Kaufliquidität. Das heißt, die kaufen alle hier. Und was passiert natürlich hier wieder? In diesem Bereich ist Liquidität. Und hier wird nach unten gepusht wieder. Das heißt, was haben wir jetzt? Wir haben einfach eine Range. Wir haben diesen Stop Hand durch diesen Stop Hand ausgeglichen. Und wir sind jetzt einfach neutral sozusagen. Jetzt im Moment, bis wir aus der Range ausbrechen, sind wir neutral. Wir können uns hier das Range IQ anzeichnen. Das heißt, die Midrange, das Range Equilibrium. Equilibrium heißt Gleichgewicht. Das Range Gleichgewicht ist bei der 50% Retracement Ratio. Das wäre dann 6, 3, 13. Hier haben wir das Range EQ. Wir können die anderen Range Highs jetzt nochmal ein wenig dicker gestalten, damit wir den Unterschied auch erkennen, wenn wir auf die niedrigeren Timeframes gehen. Und jetzt schaut mal, wie das Range EQ, also die Midrange, wie sich die auswirkt auf die Range generell. Das ist die 50% Range. Kommen wir hier runter. Starke Resistance, starke Resistance, starke Resistance, starke Resistance. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kerzen schließen unter dieser Midrange. Nur mal so, wie aussagekräftig diese Midrange ist. Was haben wir jetzt? Wenn wir diese Range brechen, ganz einfach, wir gehen von Tag zu Tag und von Schritt zu Schritt. Ich kann euch zwei Sachen sagen. Diese Range ist extrem spannend und es ist auch extrem gefährlich. Weil, wenn wir diese Lows brechen, seht ihr diese Lows? Das ist der letzte Halt hier. Das ist der letzte Halt. Wenn dieser Halt bricht, dann müssen wir ganz weit zurückgehen und uns Supportzone vom letzten Jahr anschauen. Das heißt, was ist unter diesen Supportzonen? Könnt ihr euch selber beantworten jetzt, falls ihr das wie in so einer Fragesendung machen wollt. Was ist unter dieser Supportzone? 3, 2, 1. Genau. Massive Stops. Unter dieser Supportzone liegen extrem viele Stops. Ultra viele Stops. Weil jeder, der Bitcoin hält, oder nicht jeder, aber die meisten, die Bitcoin halten, die haben hier ihre Stops in diesem Bereich. Hier, seht ihr das? Dieser Bereich, da liegen extrem viele Market Sell-Orders. Das heißt, wenn jetzt wer einen Short fillen will, das heißt, jemand mit sehr viel Geld, nennen wir es mal so, der will den Markt vielleicht noch zu diesen Highs hier hochtreiben. Wir haben hier noch einige Highs, die eben als Resistance dienen dann. Wenn ihr den Markt hier hoch treibt und wenn ihr dann von hier Short zählt und wenn ihr es schafft, den Short unter diese Zone zu drücken, dann kann es wirklich schnell in diesen Bereich gehen. 4.800, 4.400. Einfach mit so einer massiven Kerze nach unten, die dann aber wahrscheinlich auch recht schnell aufgekauft wird, weil wir dann wahrscheinlich auch andere Institutionen haben, die den Markt von hier wieder nach oben drücken wollen. Nur mal so als Denk anstoß. Wenn wir jetzt am 4-Stunden-Chart das Ganze weiter down-breaking sozusagen, dann können wir uns Folgendes ansehen. Wir haben hier diese Zone, die extrem relevant ist. Warum? Dieser Bereich hier, diese Konsolidierung oder dieses Kaufverhalten hat zu diesem Drop geführt. Das heißt, wenn wir jetzt hier hochgehen, das ist der Punkt, wo die Marktstruktur brechen muss. Das ist das vorherige Swing-Low. Das heißt, wir haben jetzt hier Low, wir haben jetzt hier ein Higher-Low. Aber hier wieder Higher-High ist das, sorry. Und das ist wieder das Low. Aber das ist einfach eine Range. Das heißt, wir haben hier Low, High, Low, High. Da kann man nicht sagen, ob Higher-Low oder Higher-High, was einfach eine Range ist. Eine Range neutralisiert sich. Da neutralisiert sich bis zum Range-Ausbruch. Jetzt habe ich es, sorry für den Versprecher. Wenn wir uns diesen Bereich hier ansehen, dieser Bereich hat zu diesem Sell-Off geführt. Das heißt, markiert euch diese Zone. Diese Zone sollte im Regelfall starke Resistance darstellen. Das heißt, wenn wir diese Zone brechen, dann haben wir einen Bruch der Marktstruktur und wir können weitere Szenarien nach oben erwarten. Diese Zone ist wirklich Make or Break. Momentan sind wir in der Range. Momentan sind wir neutral. Wie gesagt, das 4, 5K-Szenario ist bei weitem noch nicht ausgeschlossen. Aber wie gesagt, diese Range wird extrem interessant. Ich denke nicht, dass wir da irgendwie schnell durchrasseln. Aber es wird interessant. Es kann sein, dass der Markt von hier hoch höher getrieben wird. Aber wenn wir hier in dieser Range bleiben und wenn wir in dieser Range sprechen, wie gesagt, stops, wird es ganz schnell böse. Warum erkläre ich das jetzt so? Viele haben von technischer Analyse ein relativ falsches Anschaubild oder eine relativ falsche Vorstellung. Technische Analyse ist nicht dazu da, zu sagen, der Markt geht jetzt auf 7800. Auf keinen Fall. Technische Analyse ist dazu da, um zu sagen, wenn wir diese Range sprechen, dann würden wir ein neues High machen. Wenn wir hier ein neues High machen, dann wäre zum Beispiel hier ein guter Einstiegszeitpunkt für einen Long, wenn wir die vorherige Resistance wieder testen. Und das sind wirklich sehr, sehr starke Setups. Hier wäre auch ein Setup gewesen, wenn ihr die Range spielen wollt. Hier einfach die Range kaufen, zur Range hoch und dann als Target das Range High. Das sind auch massive Setups, massive Setups. Wirklich, diese prozentale Gewinne addieren sich extrem auf. Wobei ich jetzt kein Range Trader bin. Ich habe hier einen Trade genommen heute, der wirklich nicht meinen Regeln entspricht. Am 5. Minuten Frame. Wir können gerne auch mal ein Video machen zu den verschiedenen Frames. Ich bin konkret hier Long mit einer 20.000 Kontraktenposition, weil es sich sonst nicht rentiert. Das heißt, für so kleine Swings, jetzt nicht falsch verstehen, sorry. Dieser Move hier nach unten, das war das letzte Swing Low. Das heißt, ich habe diesen Dip gesehen. Ich habe gesagt, wenn wir hier reindippen, will ich ein Käufer sein. Wenn wir dieses Low brechen, dann will ich aus dem Markt raus. Ich habe das Calp genommen, das Target hier oben. Ja, keine Ahnung, 2% sowas waren es. War ein Trade, der jetzt keine High Probability Setup ist. Ihr müsst das immer unterteilen zwischen hoher Wahrscheinlichkeit, niedriger Wahrscheinlichkeit und mittlerer Wahrscheinlichkeit. Aber kann man als Calp schon mal nehmen, weil wir haben hier diese Range. Hier, hier. Ja, generell gesagt, will ich das Video jetzt kurz nochmal zusammenfassen. Ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick geben, wie denn der Markt momentan aussieht und ja, wie das Spiel der Kräfte ist. Ihr müsst euch den Chart wirklich genau ansehen und dürft nicht in irgendeine Bios verfallen, weil ihr jetzt seht, okay, wir haben auf dem 5 Minuten Chart einen Run. Das ist ein bullisches Szenario. Wenn ihr euch den Daily Chart anseht, sehen wir ganz klar eine Range. Wir wissen, wenn diese Range bricht, wird es extrem gefährlich. Extrem, weil da haben wir so viele Stops, die da unten liegen, da wird so viel gesellt. Das wird richtig, richtig blutig wahrscheinlich. Wir haben aber auch die Möglichkeit, was jetzt ziemlich danach aussieht, wenn wir uns jetzt die Charts ansehen, wir pushen ziemlich am Ende dieser Range. Das heißt, wir könnten einen Range Breakout sehen, der wahrscheinlicherweise ziemlich auf die 6800 zu rennen wird und da oben Resistance finden wird. Wenn wir die 6800 dann wirklich nachhaltig brechen können, das heißt, ein nachhaltiger Bruch, der würde in etwa dann so aussehen, ich versuche gerade noch das Drawing Tool zu finden, hier. Das heißt, erwarten würde man irgendwie sowas, dass er vielleicht dann auch mal zurückkommt und dann für die Breakout-Buyer dann nochmal eine Chance gibt oder sowas und dann nochmal diese Range testen und off we go. Wobei momentan die Wahrscheinlichkeiten für beides einfach sehr schwer einzuschätzen sind. Was ich für positiv befinde, ist, dass wir uns jetzt über diesem Range IQ befinden, also über der Mid-Range. Wir haben jetzt hier Support etabliert über der Mid-Range und wir müssen jetzt eben schauen, ob diese Range gebrochen wird oder ob es nochmal einen Run nach unten gehen wird. An dieser Stelle bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt ein Video, wo es dann nicht können. Ich möchte jetzt wirklich so aufzüglich möglich wieder Videos machen, fast täglich, um einfach jeden Tag Konto zu bringen, jeden Tag Sachen zu analysieren, kannst du analysieren, Forex, Crypto, um euch einfach Einblicke zu geben, was eben High-Probability-Setups sind, wie man dieses Setup spielt. Ich kann euch das hier auch bei Anthology zeigen. Anthology war wirklich krank. Wenn ihr euch Anthology anschaut, wir haben, ups, ich brauche USDT, weil da meine Range ist. Anthology, wenn ihr euch diesen Chart anseht, okay, ups, wenn ihr euch diesen Chart anseht, ich brauche jetzt hier das Fahnenkreuz, das hier wäre spätestens hier ein Setup. Wir haben hier dieses Lowest Reform, Reformen an High, Higher Low, Higher High, heißt, wir haben hier den Bruch der Market-Struktur. Wenn wir diesen Bereich halten, dann sehen wir wahrscheinlich einen Run in diesem Bereich. Das heißt, hier haben wir das erste Mal Resistanz gesehen, das heißt, hier kaufen wir. Wir kaufen hier und was dann passiert, ist einfach einzigartig, in diesem Fall bei Anthology, weil dann eben dieser Gain zustande kommt von 60% ist unfassbar. Es hat wirklich extrem gute Alcoin-Setups gegeben die letzten zwei Tage, aber das hier wäre so ein richtiges High-Probability-Setup. Wenn ihr euch hier noch nicht kaufen traut, dann legt die Resistance hier, wir brechen diese Resistance hier, gehen zurück, boom. Das sind die Setups, die ihr spielen wollt. Auch hier, dieser Block, wenn ihr euch diesen Block ansieht, der war dann hier auch fast Resistance, wenn wir hier ein wenig Support, sorry, wenn wir hier ein wenig rausziehen, das ist das ganze Selling, die interessanten Bereiche. Hier wird gesellt, ja, das war auch erstmal die Resistance, wenn ihr euch das hier oben anseht. Das hier ist der Block. Dieser Block hat dazu geführt, dass wir einen Sell-Off sehen. Okay, was passiert, wenn der Markt zurückkommt? Resistance. Das ist keine Tauberei. Wie gesagt, es reicht für das heutige Video. Wir machen morgen ein Altcoin-Update. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr für Altcoins sehen wollt, weil ich bin noch nicht ganz sicher. Ich habe bis jetzt, Moment, Ontology, nein, BNP, XLM, ICX, IOTA, NEO, EOS, OMT, ETC, habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben. Ihr habt letztes Mal schon geschrieben, ADA und so, nehme ich glaube ich noch mit rein. Schreibt mir gerne noch die Upload-Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Technical Crypto.